80 Kilo. 80 Kilo. 80 Kilo. 80 Kilo. 80 Kilo. 50 Kilo. 60 Kilo. 80 Kilo. 100 Kilo. 60 Kilo. 60 Kilo. Guter Satz. Nach den ganzen Powertwistern ist so der Dampf raus, das kostet so viel Kraft. Schulter, Trizeps, Brust. Das ist nur ein bisschen über 20 Kilo. Normalerweise Warm-Up, aber total schwer. Gurgh! Holy Moly! Das ist nur ein bisschen über 20 Kilo. 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 100% natural. Das ist nur ein bisschen über 20 Kilo. Also wenn ihr wirklich eine Stunde vorher fast diese Twister bewegt, die kosten so viel Kraft. Schulter, Bizeps, Trizeps, die Andrückphase, Unterarme, Hände. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen. Gibt es bei ebay für ein ablörenden Ei. Ein wirklich tolles Trainingsgerät, diese Dinger. Und ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr nicht viel Geld ausgeben wollt. Die gibt es bei ebay ganz billig und die haben einen super geilen Effekt. Auf den Körper, auf die Kraft. Ich merke das jetzt nach dem Twister Training. Ich habe weder Kraft für Schulter, noch für Trizeps, noch für Bizeps. Also weil alles wirklich hier belastet wird. Und wie gesagt, die Dinger sportbillig bei ebay. 10, 20, 30 Euro kostet nicht viel. So, jetzt mache ich nochmal einen mit 50 Kilo. Ich glaube ich schaffe nicht mal mehr 1, 2, 3. Das war schon bei 40, so schwer eben. Oh man, ja! Oh man, ja. Ich bin durch, Jungs. Unterarme, Schulter, alles. Das war's. Wir sehen uns am Samstag. Da drehen wir wieder ein reines Griffkraft-Video. Da kommen ein paar Jungs aus Berlin. Und da geht's dann wieder um Griffkraft. Haut rein. Das war's. Das war's. Auf Wiedersehen.